Es ist wohl der bewährte Mix aus Astronomie und Unterhaltung, der die lange Nacht der Sterne in Dessau zu einer festen Größe im jährlichen Veranstaltungskalender gemacht hat. Am Samstag wird ab 19 Uhr zum inzwischen achten Mal auf das Gelände des Walter-Gropius-Gymnasiums eingeladen. Diesmal unter der Überschrift Faszination 2012. Ein Mythos wird enträtselt. Es geht also um das auch bei uns viel nachgefragte Datum 21. Dezember 2012 im Zusammenhang mit dem von einigen wohl erwarteten Weltuntergang, warum auch immer, im Zusammenhang mit dem Maya-Kalender. Dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, den Mario Grügier, der Sachbuchautor, selber auch Pädagoge von Hause aus, und war vor Ort in den alten Maya-Städten, hat dort Untersuchungen angestellt, von seinen Reisenberichten, von seinen Erfahrungen und natürlich auch speziell auf dieses Datum eingehen. Die Nachfrage ist schon jetzt groß. Die Referate werden zwischen 20.15 Uhr und 22.15 Uhr im Stundentakt angeboten. Die besonderen Gäste sind bei der langen Nacht schon Tradition. Und diese folgen dabei nicht nur dem guten Ruf, den der Sautorch-Astronom Samuel Heinrich Schwabe und Raumfahrtpionier Johannes Winkler bei den Experten hat. Aber ich denke mal, die Aktionen in den letzten Jahren haben viel dazu beigetragen, dass sich hier auch einiges rumgesprochen hat, auch in Planetariumskreisen, in Astronomiekreisen im Allgemeinen, dass hier gerade versucht wird, populärwissenschaftlich Bildung zu vermitteln, worauf wir sehr, sehr viel Wert legen. Das machen wir hier im Rahmen des Unterrichts mit Kursen und im Rahmen von Vorträgen für verschiedene Schulen, Bildungseinrichtungen oder über den Verein, auch für die Öffentlichkeit. Darüber hinaus waren, dürfen wir so sagen, oder darf ich so sagen, alle Referenten bis jetzt sehr, sehr angetan von dem Verlauf dieses Astronomischen Abends. Viele haben das so in dieser Form noch nicht erlebt. Und zu erleben gibt es zu einem äußerst umfangreichen Rahmenprogramm seit Dank. Auch 2011 jede Menge. Werden wir die Revue-Tanzgruppe Holiday mehrere Tänze aufführen. Wir haben orientalischen Tanz dabei. Die Schule der asiatischen Kampfkünste wird eine Lichtshow darbieten. Wir haben Live-Musik mit Lausitz-Blues, vor allem besonders, dass die Herren und die Dame wieder den Weg zu uns gefunden haben. Wir haben natürlich die Creperie des Gymnasiums vorbereitet und die Ovieren bar. Selbstverständlich öffnet auch die Astronomische Station ihre Türen, diesmal allerdings ohne Kurzvorträge. Die Augen der Besucher können sich nicht schnell genug an die nötige Dunkelheit gewöhnen, wie die Vorjahre gezeigt haben. Der Blick in die Sterne wird aber natürlich trotzdem nicht zu kurz kommen. An diesem Abend wird zwar der Mond kurz vor der Vollmondphase zu erwarten sein, das heißt, es wird sehr hell. Aber wir werden dann auch die Mondbeobachtung durchführen und Sterne bzw. Nebel, die sich anbieten, auch mit in die Fernrohre hoffentlich bekommen. Etwas später, kurz vor Mitternacht, dann vielleicht sogar den Planeten Jupiter mit einigen seiner Monde. Möglich wird ein großes Ereignis wie die Lange Nacht der Sterne nur durch die Unterstützung von Sponsoren und jede Menge Vorbereitungsarbeit, bei der Michael Teichert in seiner Doppelfunktion als Astronomie-Lehrer und Vorsitzender des Schwabe-Vereins die organisatorischen Fäden in der Hand hält. Zum Glück sind ja immer noch die Sommerferien ein bisschen mit dazwischen, sodass man also auch die Gelegenheit hat, diese zu nutzen, um die Lange Nacht der Sterne vorzubereiten. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass das etwa ein gutes Dreivierteljahr dauert. Man muss ja mit den einzelnen Personen sprechen, die hier beteiligt sind. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Wir müssen die Schüler oder wollen die Schüler involvieren, welche Beiträge sie selber leisten. Und diese ganzen Vorgespräche, die Planung, das Zusammenstellen des Ganzen und die ganze Logistik, das muss ja alles irgendwo geplant, langfristig geplant werden. Also ist es schon so ein Dreivierteljahr Vorbereitung dabei. Dass sich der Aufwand lohnt, haben die Organisatoren inzwischen schon siebenmal eindrucksvoll bewiesen. Auflage Nummer 8 dürfte daran ganz sicher nichts ändern.